Hi, ich bin Jerome Gülselam und ihr guckt jetzt den Club der Roten Dichter auf H1. Montagabend, 21.30 Uhr, H1. Hier ist das Studio 7. Wir melden uns live. Es ist wieder Zeit für den Club der Roten Dichter. Die Länderspielpause ist vorbei. Gerade noch haben wir den Kracher gegen Gibraltar hinter uns gebracht. Und natürlich die grandiose Leistung von RR Zieler im Spiel gegen Spanien. Das muss man sagen. Und jetzt soll es aber wieder um unsere Roten gehen. Zieler war kein Roter, oder was? Jetzt soll es wieder um alle Roten gehen. Natürlich, aber jetzt soll es auch noch um die anderen Roten gehen. Ich freue mich vor allen Dingen über bösartige Einwürfe von links. Die kommen heute wie immer überraschenderweise von Mareile Ide. Hallo. Jawohl. Und die ganzen nur liebreizenden Einwürfe, Äußerungen und dergleichen kommen natürlich heute wieder von Matthias Wieland. Und natürlich auch Liedgut am Ende. Und auch die falschen Einwürfe, die ja immer mal wieder gerne auch bei 96 noch praktiziert werden. Wobei nicht in diesem Spiel. In längerer Zeit, seit längerer Zeit. Ja, ja, aber man hat immer noch so ein bisschen Angst. Man hat immer noch so ein bisschen Angst. Und natürlich, ich glaube, wir sind auch die Mannschaft, die dann doch schon des Öfteren mal zurückgepfiffen wurde von wegen, weil man noch einen Meter weiter, noch einen Meter weiter, das ist auch so bei 96. Aber das ist kein falscher Einwurf. Das ist nur Schinden von Platz. Das wird dann als Schindluder sozusagen abgefiffen. Ja, wir haben gespielt am Wochenende überraschenderweise und zwar gegen Bayer Leverkusen. Eine, ja, man muss es vielleicht doch sagen, Spitzenmannschaft. Ich meine, wir haben ein paar Spitzenmannschaften in der Liga. Wir haben das Mittelfeld und wir haben Bayern München. Das ist im Prinzip die Aufteilung. Und dann gibt es noch Mannschaften wie Dortmund, wo keiner so richtig weiß, in welchen Kader die jetzt gehören eigentlich. Also ich frage mich auch, ob es nicht langsam Zeit wäre, Bayern aus der Liga rauszunehmen. Ja. Also ich meine, oder man macht eine zweite Meisterschaft auf. Eine zweite Liga. Ne, eine zweite Meisterschaft. Also Bayern kriegt die Meisterschale und der Zweite kriegt vielleicht eine Meisterschüssel. Grundsätzlich irgendwie sowas in der Art. Ja, weil das ist doch sehr langweilig. Wenn es einem darum geht, wer Meister wird, ist es langweilig im Augenblick. Und es sieht im Augenblick nicht so aus, als ob sich da noch etwas ändern kann. Ich meine, da kann sich ja im Grunde der halbe Klub verletzen. Und dann ist immer noch eine Spitzenmannschaft auf dem Platz. Ja, ja, das ist so. Nicht, dass wir es Ihnen wünschen würden, dass sich da noch weitere Leute verletzen. Die haben ja tatsächlich auch durchaus... Ich gönne denen nicht das Dreckige unterm Fingernagel. Okay. Um das auch mal gesagt zu haben. Dann können wir an dieser Stelle vielleicht mal sagen, wenn Sie zu Hause sagen, wir gönnen den Bayern durchaus ab, ein bisschen Dreck unterm Fingernagel mehr nicht, dann dürften Sie uns das gerne auch mitteilen. Wir sind eine Anrufsendung. Also das heißt, jeder, der sich berufen fühlt, irgendwas zum Thema Hannover 96 zu sagen, darf das tun, darf das hier in der Sendung äußern. Wir freuen uns über... Soll das sogar. Ja, genau, soll das. Wir freuen uns über nahezu jede Meinung, sei sie nun auf das Spiel bezogen, das wir gerade gesehen haben. Meinetwegen auch zur Karriere von Ron-Robert Zieler in der Nationalmannschaft. Das ist vielleicht auch ein Thema, was man erörtern könnte. Es gab noch zwei, drei andere Themen um das Wochenende herum. Man darf natürlich, und man wird eigentlich fast zwangsläufig irgendwann im Laufe des Gesprächs auch vielleicht abgefragt, wie es denn aussieht jetzt bei den kommenden Spielen. Da haben wir jetzt ja auch zwei vor uns, die... Ja gut, es sind nicht beides so richtig Spitzenmannschaften, aber leichte Gegner sind das jetzt beides nicht, wir müssen nach Hoffenheim, Flutlichtspiel, ich meine, momentan sind die meisten Spiele irgendwann Flutlichtspiele, weil es dunkel wird, aber wir spielen um 18.30 Uhr am Samstag. Wir spielen, wir haben das Topspiel. Wir haben sozusagen das Topspiel der Woche. Echt, das habe ich noch gar nicht gewusst. Ja, 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 wir haben am kommenden Samstag... Kannst du mal sehen, wie schlecht ich eigentlich informiert bin, ich tue immer nur so. Das Topspiel der Woche. Und eine Woche darauf dann der Heimkracher gegen Wolfsburg, die ja nun abgesehen von diesem Wochenende eigentlich gerade eine recht gute Serie hingelegt haben, ne? Die sind zu Recht Zweiter, kann man das so sagen? Ja. Zusammen mit Gladbach, gib mir nochmal das Tableau, bitte. Wenn man nicht Punkte irgendwie, stehen auch da, wenn man nicht Punkte irgendwie anhand von lauter Fehlentscheidungen der Schiedsrichter gesammelt hat, dann ist man immer zu Recht auf dem Platz, auf dem man steht. Soll ich dir was sagen, was ja eigentlich wirklich ein Ding ist? Also, weißt du, was ich meine, wenn ich sage, dass ich das gefühlt abwegig finde, dass wir nur vier Punkte hinter dem zweiten Tabellenplatz sind? Ja. Und wenn wir gegen Wolfsburg gewonnen... Ja, dann wäre das eine Freude für den Konjunktiv. Ja. Wenn wir gewinnen. Gewinnen. Und vielleicht sogar noch in Hoffenheim gewinnen. Wenn wir da siegten und gegen Wolfsburg gewinnen, was hätten wir dann? Sechs Punkte mehr. Ja! Verrückte Fußballwelt! 25 Punkte hätten wir dann. Ja, das wäre ganz gut. Wenn Bayern bis dahin kein Spiel mehr gewinnt, wären wir nur noch fünf Punkte hinter den Bayern. Dann wären wir der offizielle Bayernjäger. Toll. Das ist gut. So viel mal zum Thema... Apropos Bayernjäger, hast du zufällig den NDR Sportclub am Sonntag gesehen? Nee, ich habe nur Dieter Hackings Reaktion auf die Frage... Ja, genau. War das auch im Sportclub noch mal? Ja, das kann... Haben sie es auch noch mal gezeigt? Hört ihr doch auch mit dem Scheiß? Hört ihr doch auch mit dem Scheiß. Kann er es nicht mehr hören. Gut, stimmt. Das ist, glaube ich, das Originalmaterial, was sie, glaube ich, auch in der Sportstadt schon verwendet haben. Ja, das ist das Erste, also eine ARD. Das Erste dependiert also zur Zweitverwertung. Ja. So ist das, im Ersten, man sollte es nicht glauben. Ja, also jetzt haben wir so viel durcheinander geredet. Ja, jetzt wird hier erstmal ein bisschen gebellt, natürlich, weil unser Maskottchen ist ganz aufgeregt, weil die Tür geöffnet wird. Wir wissen nicht, was passiert, aber die Tür wurde geöffnet. Seppi ist von Haus aus ein Hund mit sehr viel Schutzsinn. Ja, ja, ja. Also ein Wachhund sozusagen. Seppi, jetzt ist mal Schluss hier. Ist gut. Ist Schluss jetzt. Wir hatten in der vergangenen Woche, du bist, ja, ich weiß, du bist sauerhaft. Seppi, wenn du weckern willst, dann ruf an. 3670170 ist die Telefonnummer. Ja. Auch für Hunde. Ja. Also mit anderen Worten, wenn Sie einen Vierbeiner oder meinetwegen auch einen Zwölfbeiner oder was weiß ich für interessante Haustiere haben, die sich mit uns unterhalten wollen, dürfen Sie das natürlich auch gerne tun, solange wir Sie verstehen können. Ja, außer dem Spiel gegen Leverkusen gibt es natürlich noch ein paar Rundherum-Themen, die ganz interessant sind. Ich habe mal ein bisschen gelesen, dass zum Beispiel es ja wohl eine relativ deutliche Ansage ist, dass unser Kollege Christian Panda zurzeit fit ist und nicht im Kader gewesen Christian Panda ist nie richtig fit. Okay, ja, mal abgesehen von der generellen Panderitis ist er aber im Prinzip, müsste er spielen können und war aber gar nicht im Kader. Nein, zusammen mit unserem Freund Jan Schlaudraff. Jan Schlaudraff, wobei bei Jan Schlaudraff jetzt auch, das ist das andere Thema, genau, da war nämlich gerade ein Interview, ich glaube in der Bild oder Sportbild zum Thema seine Einsätze, wo er klar gesagt hat, das würde ihm so nichts ausmachen und er will sicherlich noch mal spielen. Insofern könnte es sein, dass er den Verein sogar verlässt mit der Option auf eine Rückkehr. Ja, möglicherweise dann gar nicht mehr als Spieler, sondern dann vielleicht sogar auch schon im, ja, wie nennt man das, im administrativen Bereich. Ja, administrativen Bereich. Administrativen Bereich, Verzeihung, ja. Also ich weiß oder ich habe gehört, dass der Schlaudraff jetzt nicht täglich seine Kissen voll heult, dass er jetzt nicht mehr so viel spielt. Der fühlt sich so ganz wohl, so wie alles so ist und es ist ja auch, hat er ja auch mehrfach in Interviews gesagt, Jan Schlaudraff möchte tatsächlich nach der Karriere auch in Hannover bleiben, was ja nun nicht unbedingt gegen diese oft verschmähte Stadt spricht. Weißt du, woran es liegt? Woran? An den Top-Friseuren hier. Ja, wahrscheinlich. Ich bin da mehr auf die... Wahrscheinlich liegt es daran. Nö, aber, also gut, ich habe die Pressekonferenz zum Leverkusen-Spiel noch im Ohr und dort sagte Korkut und ich finde, da kann man ihm auch nur recht geben, dass man in den vergangenen Wochen gesehen hat, dass jeder Spieler im Kader wichtig werden kann und mit Sicherheit auch wichtig wird. Und dass er sich eben entscheiden muss für 18 und dass dann eben auch mal einer nicht im Kader ist. So und jetzt war es halt diesmal Christian Panda und zusammen mit Jan Schlaudraff, ob das jetzt unbedingt ein Fingerzeig für die zukünftige Beschäftigung von Christian Panda ist, weiß ich nicht, aber man muss auch sagen, dass wir auf der linken Seite mit Miko Albonos und insbesondere mit, auch mit Eddie Pripp, der das ganz gut macht, finde ich, wenn er defensiv spielt, haben wir durchaus... Obwohl es natürlich nicht seine Position ist. Nein, aber er ist natürlich deutlich schneller als Panda und Standards schlagen kann eben auch Kiyotake. Schneller als ein Panda. Wow, ja. Und deswegen ist es, glaube ich, jetzt auch nicht so dramatisch, wenn der Junge mal nicht im Kader ist. Für ihn vielleicht, für uns nicht. Ja, die Frage ist tatsächlich aber, ob das nicht doch bedeutet, dass... Also die Frage ist, ob es ein Fingerzeig für seine Zukunft ist. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es für das Spiel jetzt so war... Wir waren ja auch nicht beim Training dabei, wir wissen ja nicht, ob Christian da vielleicht ein bisschen zu schluffig unterwegs war. Kommt mal vor, ne? Das wissen wir nicht. Wer nie schluffig unterwegs ist und jetzt tapfer am Telefon sitzt und mit uns zu sprechen bereit ist, das ist unser Freund Fritze. Deswegen wollen wir ihn doch mal fragen, was er denn allgemein so zur Situation gerne gerade beitragen möchte. Hallo Fritze. Hallo ihr beiden. Hallo Fritze. Hallo, grüß dich. Wie geht's dir? Wieder fit? Na alle? Wie bitte? Ob du wieder fit bist? Ich bin wieder fit. Ich war auch vor zwei Wochen fit. Ich hatte nur zu tun und hatte keine Zeit, ausnahmsweise. Hast du ein Dehn gehabt oder wie? Na, ich hatte... Fritze. Also wenn ich hier sitzen kann, ja, da gehe ich doch nicht zum Date. Oh, das ist ja... Ach, da Matthias sitzt da neben dir, alles klar. Ja, außerdem rufst du ja an. Ich wollte gerade sagen, das einzige Date, das Mareile montagsabends um diese Zeit hat, ist immer mit dir, Fritze. Genau. Und außerdem habt ihr den Fritze uns sehr leise gedreht oder du sprichst wieder über deinen Lautsprecher, mein Lieber? Ich spreche über den Lautsprecher, ja. Ja, du bist sehr leise. Und jetzt besser? Nee. Marginal. So? Nee. Und so? Nee. Oh, super, wir müssen heute Sendezeit füllen, das können wir jetzt noch eine ganze Weile so weitermachen. Nein, die Regie muss nicht eindeutig lauter drehen, weil ich muss sehr genau hinhören, um dich zu verstehen. Das können wir nicht erwarten von dir. Ja. So. Fritze, erst mal, gib mal kurz einen Stand durch. Düsseldorf, Kaiserslautern. Das ist eine Überraschung, ein Kreuter Fürth, nicht Kaiserslautern. Kreuter Fürth führt in Düsseldorf 2-1. Okay, ich habe die erste Halbzeit noch gesehen, da deutet sich das nicht an. Da hat noch Kaiserslautern gespielt, das ist wirklich überraschend. Das war da gespielt? Nein. Kreuter Fürth. Ja, da stand es 1-1. Ja, Fürth Fürth, okay. Fürth Fürth, in Düsseldorf. So, Fritze, aber jetzt mal wieder zurück zu den Roten. Du möchtest mit Sicherheit auch was zum Leverkusen-Spiel sagen. Ja, wenn man es richtig nimmt, hätten wir Halbzeit führen müssen. Ja, wäre drin gewesen. Was war denn das? Das war bei dir. Bei uns war gerade nur so ein Ton zu hören. So ein Rauschen war. Du hast jedenfalls recht, es haben ja auch tatsächlich beide Trainer, Mareile hat gerade schon die Pressekonferenz angesprochen, beide Trainer haben mehr oder weniger unisono hintereinander natürlich davon gesprochen, dass die erste Halbzeit ein Spiel auf Augenhöhe war, abgesehen von Manuel Schmiedebach. Und unser Präsident hat das auch noch mal gesagt. Jetzt hast du diese Spitze gar nicht mitbekommen. Die Spitze habe ich mitbekommen, ich habe die einfach nur zur Kenntnis genommen und nicht näher kommentiert, Matthias. Okay, gut. Ja, Fritze. Und dann kamen natürlich diese Abwehrfehler, dadurch sind die Tore gefallen, ne? Ja. Das ist richtig. Aber meistens fallen ja Tore nur durch Fehler anderer, durch irgendwelche Leute, ne? Das stimmt wohl, aber die Fehler waren solche, die 96 in letzter Zeit eigentlich nicht gemacht hat, oder? Ja, das kommt, weil Marcelo und Schulz zu Offensiv gespielt haben. Und da ist er nicht für geeignet. Es lag aber vielleicht auch ein bisschen daran, dass Leverkusen tatsächlich einen sehr aggressiven Fußball gespielt hat. Also die haben ja die ganze Zeit wirklich sehr dagegen gehalten und sehr früh gestört. Damit sind sie glaube ich auch nicht so richtig klar gekommen. Kann das sein? Ja, und dann haben sie einen sehr schnellen Bellarabi, ne? Das macht auch viel aus. Ja. Das ist viel besser als ein langsamer Bellarabi, ja? Ja, das ist logisch, ja. Ja, aber ich meine, ist das schon der Grund? Also ich meine, klar, du hast recht, es gab ein paar einzelne Fehler, individuelle Fehler und eine Mannschaft wie Leverkusen ist natürlich dann besonders... Aber wenn man das gesamte Spiel bezahlt hat, dann war der Sie für Leverkusen schon verdient. Absolut verdient, genau. Eine Mannschaft wie Leverkusen ist dann eben so Spitzenmannschaft genug, dann wenn ihr schon so zwei, drei solche Patzer geboten werden, diese auch konsequent auszunutzen anhand der Spitzenleute, die sie haben. Wir hatten ja auch so eine Szene und da hat man dann ja gleich zweimal gesehen, dass es bei uns eben an dieser Kaltschneuzigkeit gerne auch nochmal fehlen kann. Kio Take hat es erst nicht geschafft und Stindl war dann etwas überrascht gut und für den ist ja ohnehin alles noch ein bisschen zufrieden. Stindl hat im Grunde drei Chancen gehabt. Der hat, glaube ich, einen tollen Schuss. Der hatte noch in der ersten Halbzeit eine Schussmöglichkeit aus zentraler Position, den trifft er nicht gut genug, den Ball, der kommt viel zu lasch aufs Tor. Er hatte einen Schuss aus der Distanz gehabt und ich finde eigentlich, dass, wenn man die erste Hälfte nimmt und Teile der zweiten Halbzeit, dass die Unterschiede zwischen 96 und Leverkusen eigentlich gar nicht so groß gewesen sind, bis auf, dass Leverkusen deutlich effizienter war und hinten weniger Fehler gemacht hat. 96 hatte ausreichend Chancen. Ich verstehe nicht, warum in der neuen Presse stand, 96 hätte kaum Torchancen gehabt. Ich weiß nicht, was die für ein Spiel gesehen haben. Ja, das stimmt nicht. Also, Chancen-Larcher war schon da, aber die Clevernis war bei Leverkusen zu erkennen. Wie bitte? Die Clevernis war bei Leverkusen. Ja, natürlich. Und da hast du eben gesehen, was der Unterschied dann ist. Wenn die einmal in Führung sind, ich meine, 96, als das Anschlusstor fiel, da hatte man ja das Gefühl, so, okay, jetzt kommen sie nochmal. Wenn du dann natürlich dann so einen Fehler machst, Marcelo, finde ich, hat bis dahin super gespielt, macht dann diesen einen Fehler, ich glaube, er verschätzt sich da oder es war ein leichter Stellungsfehler, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich die Szene nicht nochmal gesehen habe. Aber wenn das dann, dass 1-3 nicht fällt, hat 96 eine reelle Chance, da einen Punkt zu machen. Aber ich finde, man hatte trotzdem, so, das ist die positive Sichtweise, aber ich finde, man hatte trotzdem während des Spiels ironischerweise das Gefühl, die kriegen ja nie ein Tor hin und sie haben sogar eins hingekriegt und trotzdem hatte man noch das Gefühl, nee, das kann nichts werden mit Toren. Echt? Und das liegt, ja, ich glaube, weil bei unseren Torchancen im Spiel zu sehr durch Zufallaktionen entstanden sind. Mir fehlen die Flanken, mir fehlt da das ideenreiche Mittelfeld. Weißt du, das hier, ich habe das Problem hier ausgemacht, hier liegt es nämlich, vielleicht kann man das mal zeigen, das ist nämlich unser, eigentlich unser Problem, da ist es begraben, hier, Hannover, Mittelfeld, das ist es. Also genau genommen, so hier, ne, wir haben momentan überhaupt kein richtiges, das ist es nämlich eigentlich. Wir sollten mal in Mittelfeld vielleicht mal anrufen und die Leute da fragen, was sie da machen. Also ich möchte aber dann nochmal exemplarisch, dass 1 zu 0 das nicht gegeben wurde, wegen Abseits. Ja, aber zu Recht, wegen Abseits, also das muss man sagen, das war ja leider Abseits, das war schön, das stimmt. Ja, aber das war, fand ich, ganz, ganz toll herausgespielt und ich finde, 96 hatte zwischendurch immer wieder Passagen, wo sie wirklich sehr gut gespielt haben, also auch spielerisch hübsch anzusehen. Ich weiß aber, was du meinst. Ich will das auch nicht ganz alles schlechtreden. Ich wollte es nur so zu bedenken. Es hat nicht diese Struktur wie bei einer Mannschaft wie Leverkusen und dahin ist es eben noch ein Schritt. Es hat auch nicht die Struktur, die es bei 96 tatsächlich auch schon öfter mal hatte. Das ist eher das, was ich traurig finde. Dass wir nicht die Struktur wie Leverkusen oder vielleicht sogar noch andere Mannschaften haben, will ich gar nicht ankreiden. Aber mir fehlt so ein bisschen eine Spielkultur, die wir in Hannover auch nicht nur in unserer Hochzeit im Europapokal, sondern auch schon in anderen Phasen durchaus mal hatten. Und das fehlt mir tatsächlich ein bisschen. Aber ich glaube, dass wir da auch durchaus wieder hinkommen. Fritze, vielleicht magst du da deine Meinung mal zu sagen. Das letzte Mal, als wir gesprochen haben, da war die Situation, glaube ich, insgesamt furchtbar. Ja, genau. Kann das sein? So, jetzt ist die Situation insgesamt etwas netter. Was glaubst du denn, wo die Potenziale dieser Mannschaft liegen? Meinst du, dass Korkut mit ihr auf dem richtigen Wege ist, jetzt auch da die ganzen Verletzten zurückkehren? Ja, also ich bin der Meinung, die Mannschaft ist langsam auf den Trainer eingestellt und weiß, was er will. Nur, er hat noch die richtige Aufstelle noch nicht gefunden. Okay. Alle drei, Priat, Kriotake und Joselu, also einer muss davon raus. Da muss schon mal einer, ob der defensiven ein bisschen mehr macht. Ja. Wir können nicht nur drauf losstürmen da. Nee. Da kommt nichts mehr raus. Kein Doppelpass, kein gar nichts. Wer kann nichts? Kein Doppelpass. Kein Doppelpass, kein gar nichts. Ach so. Ich vermisse Doppelpässe. Ja, so richtig viele Doppelpässe, Schöne, habe ich auch gar nicht gesehen. Nee, bei Leverkusen aber auch nicht. Das Tor war eine Standard-Situation, Kopfball, wie schon öfters passiert ist da. Entweder Schulz hält den Kopf hin oder Marcelo hält den Kopf hin. Diesmal war es Göselam, der den Kopf hingehalten hat. Aber ich bin der Meinung, die Mannschaft wird sich steigern. Ja. Aber ich möchte mal Folgendes sagen. Der hat vor 14 Tagen so ein junger Mann angerufen, der hat schon 30 Punkte vorausgesagt. Hoffentlich meldet er sich nochmal. Der wollte sich, glaube ich, spätestens melden, dann hat es, glaube ich, vorher gesagt... Ja, ja, bis zur Winterpause sozusagen. Das heißt, der wird sich spätestens dann nochmal melden. Also, ja, ist ja noch machbar, oder? Ist es rechnerisch noch machbar? Ich weiß es gar nicht, oder nicht? Ja, aber Hoffenheim und Wolfsburg wird genauso schwer. Meinst du, dass es genauso schwer ist? Das wäre meine nächste Frage gewesen. Was glaubst du denn, wie diese beiden Spiele werden? Also, mit dem Sieg rechne ich auf keinen Fall, bei beiden Spielen nicht. Wie bitte? Mit dem Sieg rechnest du nicht. Ich rechne in keinem Spiel mit einem Sieg. Okay, kannst du das auch begründen? Ja, weil ich Hoffenheim und Wolfsburg für zu stark halte. Jetzt will ich mir noch mal kurz eben die Tabelle anschauen. Hoffenheim ist derzeit mit 17 Punkten, Tabellenachter, hat, oh, wie wir, ein negatives Torverhältnis, was an dem letzten Spiel von Hoffenheim liegen mag. Ja, das könnte durchaus sein, ja. 17 zu 18. Ja, also, ich meine, das ist jetzt auch nicht so, dass man irgendwie, glaube ich, vor Angst mit den Knien schlottern muss. Ja, das nicht, auf keinen Fall. Also, ich glaube, dass Wolfsburg vielleicht wieder erwarten, dass leichtere Spiel für uns wird, weil wir uns gegen Wolfsburg zu Hause eigentlich immer recht gut schlagen. Das stimmt. Hoffen wir doch mal, dass die jetzt gerade in so eine kleine Minikrise reinschliddern, obwohl ich Herrn Hecking ja durchaus eigentlich allen Erfolg wünsche, gönne. Ja, aber da kommt wieder das Wolfsburg-Problem mit hinzu, ne? Also, dass man bei Wolfsburg immer Schwierigkeiten hat, denen irgendwas zu wünschen. Ja. Ich bin heute auf Krawall gebürstet. Ich merke schon, ja. Ich bin auch ärgerlich, dass Werder gestern verloren hat. So. Oh, da bin ich auch ärgerlich drüber. Siehste, Fritze, da sind wir uns immer einig, ne? Also, das war ja vor allem zwei Gammeltore. Vor allen Dingen war das ein gruseliges Fußballspiel. Ja, das war Not gegen Elend, das hat der Rapport da auch gesagt. Ja, das war ganz schlimm. Und vor allen Dingen haut sich dann Werder das 2-0 noch selber rein, mehr oder weniger. Ja, das 1-0 war ja auch eine Vorlage vom Werder-Spiel am Kopfball. Ja, naja gut, aber das soll nicht unser Problem sein, was bei Werder und beim HSV los ist. Ja, Fritze, du hast dich ja schon gerade geäußert zu, was du glaubst, wie die beiden Spiele werden. Möchtest du dich da vielleicht auf einen Tipp festlegen? Ja, ich hoffe, also ins Geheimen hoffe ich, dass wir in Hoffenheim Unentschieden spielen und Wolfsburg schlagen. Ja. Okay, das ist doch schon mal was. Also vier Punkte dann. Da rechne ich sogar stark mit, aber es wird schwer, schwer, schwer. Dagegen haben wir nichts. Also, dass es schwer wird, dagegen haben wir gar nichts, wenn am Ende vier Punkte bei rauskommen. In Wolfsburg haben wir in den letzten Jahren aber auch gut gespielt, auch wenn sie besser waren als vier. Stimmt. Fritze, jetzt möchte ich dich noch eins fragen. Du hast ja mit Sicherheit auch die Länderspiele geguckt, oder? Ja. Wie hat dir denn unser Ron gefallen gegen Spanien? Ja, besser kann man nicht spielen. Fandst du gut? Ja, vor allen Dingen die Abschläge kamen. Es war halt auch besser, als wenn er bei 96 spielt. Bei 96 kommen die Abschläge immer auf eine Seite. Hier hat er links und rechts geschossen und fast immer auf einen eigenen Mann angekommen. Das heißt, die Mannschaft sollte ja viel zu viel zurückgespielt auf den Torwart. Ich habe mich immer erschrocken. Die haben sie nicht gleich gemacht. Die haben sie auf den Zieler zurückgespielt. Das machen sie bei Hannover ja sehr gerne. Aber liegt das mit den guten Abschlägen oder den guten Eröffnungen möglicherweise dann eben auch an den Mitspielern, dass die eben an die richtigen Positionen laufen? Ja, genau so ist das. Was sie nämlich dann vielleicht bei Hannover eben noch nicht so tun, ja. Genau so ist das, ja, ja. Glaubst du denn, dass sich dadurch, dass vorher ja so kommunizierte Ranking verschoben hat, dass Ron jetzt vielleicht nah dran an der Nummer zwei ist? Also meine persönliche Meinung ist, man hat ja in Rom einen Weinfeld an die WM geschickt und dabei sollte man das verlassen. Ja, der wird ja auch nicht jünger. Wir haben zehn gute junge Torleute. Da brauche ich keinen Opa mehr auflaufen zu lassen. Naja, aber Weinfeld haben sie ja nun wirklich, glaube ich, wegen der Erfahrung mitgenommen, ne? Ja, und darum sage ich, dabei sollte man das belassen dann. Der ist 34, was soll das? Ja, ja gut, danach ist natürlich dann wirklich eine große Auswahl, ne? Ja, wir haben aber reichlich. Auch der Lehne von Leverkusen war sehr stark. Das stimmt, aber man muss, glaube ich, oder man kann, glaube ich, schon, ja, relativ sicher sein, dass sich Ronda wirklich etabliert hat. Ich denke auch, ja. In der Mannschaft und, glaube auch, sein Standing da hat er. Also ich glaube, wir müssen nicht fürchten, dass er jetzt irgendwie durch zwei Jüngere verdrängt wird, oder? Also solange er mit seinen Leistungen jetzt nicht irgendwie arg einbricht oder sowas. Also ich meine, es ist natürlich auch, es kommt ja noch eins hinzu im Augenblick, so blöd das ist, aber so ein bisschen ist im Augenblick ja die Situation auch, die spielt ihm natürlich jetzt im Augenblick auch ein bisschen in die Karten, ne? Also ich meine, in Hannover hat er jetzt gerade eine relativ gute, hatte nun wirklich eine gute Saison, hat viele Spiele zu Null gemacht, hat aber auch eine einigermaßen ruhige Situation innerhalb der Mannschaft. Roman Waldenfellner hat ja nun momentan im Zweifel andere Probleme sozusagen, ne? Also die haben sehr große Probleme, wobei natürlich bei Dortmund sehr wichtige Spieler verletzt sind, ne? Ja. Wenn der Hummel da hinten nicht steht, dann ist alles... Naja, und jetzt ist Reus schon wieder kaputt, ne? Die können eben dann auch nicht so einfach ersetzen, wie das zum Beispiel der FC Bayern kann. Aber wir haben ja noch einen Neuzugang zu vermelden, abgesehen jetzt mal, also ich, das... Fritze, hast du es mitbekommen, weißt du, von wem ich rede? Wie, Neuzugang? Ja! Fritze, lass dich doch von Matthias nicht auf den Arm nehmen. Doch, 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 Fritze, lass dich von Matthias bitte auf den Arm nehmen. Explizit. Ich weiß aber auch nicht, was er jetzt schon wieder vorhat. Ja, ich hab eben nicht, ich war eben nicht ganz achtsam, weil ich umgeschaltet hatte, es steht jetzt 3-2 für Düsseldorf. 3-2 für Düsseldorf, das scheint ja klasse Kick zu sein. Das haben wir gerne, die Leute, die sogar wenn sie mit uns telefonieren, noch abgelenkt sind vom Fernsehen, weil sie was anderes gucken. Ich bin ja mit euch und kann trotzdem umschalten nach Sport 1. Ja, Fritze, Fritze, du bist auch, ich weiß, du bist auch vom alten Schrott und Korn, du kannst noch, du hast noch Multitasking in der Schule gelernt. So, jetzt sehe ich euch wieder. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ja, wir haben, also genau genommen, ich weiß nicht, das war ja eine... Du musst gerade überbrücken, dass das Internet nicht funktioniert, ne? Ich muss gerade überbrücken, dass das Internet nicht funktioniert, ganz genau, ja. Den Neuzugang will ich trotzdem noch, den Neuzugang möchte ich trotzdem noch kennenlernen. Ja, Matthias hat nur gerade das Problem, dass seine Präsentation fehlschlägt. Jetzt mal so zum, erst mal vorweg die Frage, rechnest du jetzt hin zum Winter hin noch mit weiteren Neuzugängen, also mit Einkäufen? Also ich halte das nicht für erforderlich. Weil ich meine, wir haben ja Interesse an hier Heuberg. Heuberg. Aber das scheint ja dann gegessen zu sein, wenn Lahn verletzt werden. Durch das Lahn verletzt worden ist, darf der gar nicht weg. Und heute in der Zeitung war zu lesen, dass wohl Roberto Hilbert ein Thema sein soll. Ja, aber da hängen andere Vereine auch mit drin. Ja, gut. Es hängen ja immer andere Vereine mit drin, wenn es darum geht. Oh, so ist das. Lassen wir uns überraschen. Ja. Also Fritze, ich hab's gleich. Also mir ging's natürlich vor allen Dingen um Salif Sané, der ja jetzt seit dem Wochenende, also beziehungsweise seit heute offiziell wieder bei der Mannschaft mittrainieren kann. Genau. Das ist, glaube ich, seine 84. Chance oder ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich glaube, die vierte. Er war mal rein, mal raus, mal rein, mal raus. Aber jetzt ist es tatsächlich ja doch nochmal, hat's doch nochmal die Wende genommen. Und würdest du... Den meintest du als Neuzugang. Bitte? Das war da Neuzugang. Na ja, genau genommen war das hier mein Neuzugang. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Vielleicht kann das Foto das irgendwie ranholen. Die Kamera das ranholen. Müssen wir mal schauen. Das hier ist das Foto. Ich weiß nicht, ob man das gesehen hat. Ah ja, doch, ja. Ach, du meinst Udo. Ja. Und Udo. Lindenberg. Udo Lindenberg. Von Martin Kind auch nochmal als zur Not fürs Tor, glaube ich, geholt. Sind ja Kumpels, ne? Sind ja absolute Kumpels, tragen auch beide Hut. Ne. Ja, aber Sané, ist das jetzt nochmal was, wo man sagen kann, das wird vielleicht auch nochmal qualitativ durchaus was nach vorne bringen? Der soll aber schwach gespielt haben bei der zweiten, bei Eiche Handewitt, wo sie 3-0 verloren haben. Also da kann ich dir aus, kann ich dir sagen, dass der Trainer, mit dem ich gestern Abend nach dem Spiel telefoniert habe, Sané nicht ausdrücklich genannt hat. Das lag aber daran, weil die gesamte Mannschaft Scheiße gespielt hat. Also wir wollen doch, dass er Mannschaftsdienlich ist. Er sagte, einige meiner Spieler haben dort ihr Trikotspazieren getragen. Ja, so ungefähr, ja. So steht es doch in der Zeitung, in der Presse. Aber ansonsten verliert Sören Osterland, der ihn ja jetzt nur betreut hat in den vergangenen Wochen und bei dem er gespielt hat, ausnehmend lobende Worte. Okay. Wer über Sané sagt, also man wäre doof, wenn man den abgibt. Er hat sich da absolut nicht zu Schulden kommen lassen, hat Tore getragen im Training, hat auch Tore geschossen in den Spielen und ist ja ein sehr vielseitig einsetzbarer Spieler. Man muss jetzt mal gucken, ob er es jetzt kapiert hat. Also ich glaube, sportlich ist er in jedem Fall ein Zugewinn. Er hat ja auch ein, zwei gute Spiele gemacht. Hat er, ganz genau. Fritze, und weißt du, wer auch so ähnlich ist wie Sané für uns, den wir auch niemals aufgeben wollen, das bist du. Aber wir müssen dich jetzt trotzdem abhängen, wir haben nämlich noch einen Anrufer. Eine Anruferin. Eine Anruferin, besser gesagt. Ja. Das ist ja sehr schön. Ist verrückt, ne? Ja, manchmal passieren die verrückten Zahlen in dieser Sendung. Aber wendt nochmal, guck nochmal. Was? Ich gucke nochmal, wie will er steht. Aber wendt. Ja. Ja, super, lass dir Zeit. 3, 2. Gut. Sehr gut. Fritze, dann wende dich den letzten Schlussminuten zu, das wird ja bestimmt spannend. Und wir unterhalten uns mit der Bürger. Fritze, schönen Dank, schönen Abend. Schönen Abend, bis bald, lieber Fritz. Schönen Abend, tschüss. Ciao. So, und wir schauen jetzt mal, ja, was uns die Birgit sagen möchte. Birgit ist aber offensichtlich, wie uns hier schon gemeldet wird, bekennender Gladbach-Fan. Wir hatten Birgit schon mal in der Sendung. Ja, ja, hatten wir auch, tatsächlich. Ja, ja. Schönen Abend. Hallo, Birgit. Hallo, grüß euch. Na, wie geht es dir? Ja, im Moment genauso mies wie euch. Das heißt, du sitzt in einem ziemlich heißen Studio, hast einen Hund zu Füßen, der auf sein Fressen wartet. Ich würde wahnsinnig gerne eure Sendung sehen, aber ich kann das im Internet im Moment nicht rankriegen. Also habe ich mir gedacht, rufe ich einfach mal an und traue mit euch über das Wochenende. Ja, also du wolltest ja eigentlich darauf hinaus, dass in Gladbach die Stimmung auch eher durchschnittlich war, nach der etwas überraschenden Heimniederlage. Absolut, ja. Aber ich glaube, dass ansonsten doch in Gladbach, also ich meine, ist das jetzt so ein gefühlter Beinbruch gewesen? Sagen wir mal so, es war ein gefühltes LMA. Was ist das denn bitte, was ich da sehen muss? War hat, also ich habe von dem Spiel nichts gesehen. Vielleicht kannst du mal kurz, habe ich was verpasst? Nee, ne? Ja, du hast spielerisch überhaupt nichts verpasst, weil das mit dem Trikot spazieren tragen, das könnte durchaus auch, was in Hannover stattgefunden hat, scheinbar hat bei uns auch stattgefunden. Wir haben sofort am Anfang ein Tor gemacht, das zweite Tor war abseits, das ging nicht und dann hat man gedacht, hups, haben die alle zwölf Mann ausgetauscht. Was ist los? Also es war eine Katastrophe und plötzlich hieß das 3-1 und teilweise sind die Leute vorher aus dem Stadion, was ja ein absolutes No-Go ist, was ja in Gladbach normalerweise nicht vorkommt. Nee, also eigentlich habe ich so den Eindruck, dass dort eigentlich das Publikum doch sehr enthusiastisch hinter seiner Mannschaft steht. Ja, absolut. Und dann gucke ich meinen zweiten Lieblingsverein und gucke nach, wie hat er ein wenig Hannover gespielt, haben die uns jetzt überholt und dann, ups, genau der selbe Mist. Ja, aber wir sind nicht, wir sind nicht ärgerlich aus, also ich bin enttäuscht aus dem Stadion gegangen, weil das nicht nötig war. Also natürlich war das nicht, war das verdient für Leverkusen, aber... Es war aber eben tatsächlich, genau, es war kein Spiel, bei dem man hinterher richtig sauer war, oder mit ganz schlechter Stimmung rausgegangen ist und gesagt hat, naja, sowas muss passieren. Also ihr wart dann zufrieden, ihr wart dann zufrieden, dass ihr gesagt habt, okay, gegen Leverkusen war nicht mehr drin oder so und Gott sei Dank ist es nicht schlimmer gekommen, oder wie war das? Ja, nee, also nein, sehr viel mehr Chancen hatte Leverkusen, glaube ich, jetzt eigentlich auch nicht. Die waren sehr effizient. Leverkusen war, also Leverkusen war, das muss man klar sagen, waren sozusagen besser, haben deswegen auch gewonnen und im Prinzip, es ist jetzt aber, wenn man es jetzt mal so rein auf dem Papier betrachtet, ist es ja auch keine richtige Überraschung, dass Leverkusen besser ist als Hannover, wie gesagt, haben wir ja eingangs schon gesagt, dass wir uns im Prinzip mit Leverkusen in Normalform oder sogar vielleicht in Bestform auf keinen Fall messen müssen. Ah, nee, also... Also von daher... Aber wir haben zum Beispiel, als wir zu Hause gegen Gladbach verloren haben, 0 zu 3, das war katastrophal. Aber da erinnerst du dich bestimmt ganz gerne dran. Und das Spiel gegen Leverkusen war völlig in Ordnung, aber Leverkusen war halt besser. Ja. Ja, okay, also wenn man das als Hannover-Fan zugeben kann, ich muss auch sagen, leider Gottes, man sagt auch, Frankfurt wäre besser gewesen. Man sagt das. Ja, man sagt das, also wie gesagt, ich war live im Stadion, ich habe mir gedacht, Halleluja, was ist denn da los? Die sind so, so schlecht habe ich die, also unsere waren so schlecht. Aber sag mal, also ich sage jetzt mal... Birgit, meinst du, Entschuldigung, Birgit, meinst du, dass sich da jetzt bei Gladbach vielleicht gerade so eine kleine Krise anbart? Weil ich habe jetzt das Spiel gegen Dortmund, vor zwei Wochen war es, meine ich, ne? Vor zwei Wochen war das. Boah, eine Zeit, das weiß ich nicht. Vor der Länderspielpause, das, also da war ich, da war ich ehrlich gesagt entsetzt. Ach, da fand ich die gar nicht mal so schlimm, weil meine persönliche Meinung ist, ohne dass ein Gladbacher ein Tor schießt, hätte Dortmund ja auch nicht gewonnen. Ja, nein, natürlich nicht, aber das liegt ja eher, lag ja in dem Spiel eher daran, dass Dortmund einfach momentan nicht dazu in der Lage ist, das Tor wirklich zu treffen. Nehmen wir jetzt mal das Paderborn-Spiel aus, aber das war ja da bis dahin so. Ja, okay, das war ja Katastrophe. Aber da kam ja von Gladbach überhaupt nichts. Ich meine, ich erinnere mich an den glücklichen 96-Sieg in Dortmund, aber da hatte 96 schon noch mehr vom Spiel als Gladbach. Deswegen war ich echt erstaunt, ich habe gedacht, was ist mit denen los? Das hätte ich überhaupt nicht erwartet. Und ich habe mir gedacht, verdammt, warum nutzen die, die kommen ja nicht mal über die Mittellinie. Scheinbar hat Dortmund auch Mittel gefunden, die so kalt zu stellen, dass das gar nichts mehr ging. Erst wie er dann ein Reus vom Platz geht, merkt man dann auch, wie weh das tut. Wir sind immer noch der Klub der roten Dichter und nicht der Fohlen Dichter. Aber man kann aber ja trotzdem mal eine kleine Bundesliga schauen. Natürlich, die ging ja jetzt nicht. Die ging ja so ins Detail hier, ich habe ja keine Ahnung, wovon ihr redet, habe ich ja sowieso nie. Nein, also wenn Hannover jetzt, nein, ich muss jetzt sagen, Hannover, also da muss ich sagen, dass die verloren haben. Also die haben doch nicht schlecht gespielt. Ja. Seid ihr der Meinung? Nö. Ja, das ist richtig. Sie haben nicht schlecht gespielt, aber eben dann doch individuelle Fehler gemacht. Das reicht ja dann schon. Birgit, was glaubst du denn, wie sich das jetzt in den nächsten beiden Partien für 96 entwickeln wird? Glaubst du, sie schaffen das gegen Wolfsburg und gegen Hoffenheim so zu punkten, dass sie weiter da in den Europapokal-Bereich bleiben können? Oder meinst du, es geht jetzt erstmal wieder ein bisschen runter? Also vor Wolfsburg habe ich persönlich ja Angst. Also ich weiß nicht, die sind mir unheimlich. Ich würde denen gerne eine verpassen, auch für euch schon. Ja. Ich würde gerne Hannover im Schlepptau mitnehmen und oben bleiben. Aber ich sage, also mit Hoffenheim müsst ihr das schaffen. Hallo? Ich sehe gerade, ihr spielt in Wolfsburg. Ja. Also ich würde sagen, Entschuldigung, aber Hoffenheim den Vollhand kaltstellen und zack, das schafft ihr doch. Ja, also in Hoffenheim war eigentlich immer Mist bisher. Immer. Ja, echt? Ja. Aber ich glaube, wir haben noch nie um 18.30 gegen Hoffenheim gespielt. Nein. Insofern kann ja alles mal anders kommen. Kann alles, kann alles neu. Ja, man kann doch mal eine Marke setzen. Ich würde es euch gönnen und ich würde sagen, es ist auch jetzt los. Also meinen Anforderungen habt ihr. Ja, das ist schön. Das finde ich gut. Und wir müssen jetzt auch mal unser Maskottchen befragen. Das wird schon ganz unruhig, wie es denn in dem Spiel ausgehen wird. Deswegen sagen wir mal herzlichen Dank für den Anruf. Aber Birgit, ruf gerne wieder an. Ich finde das immer sehr erfrischend, aus ein bisschen anderer Perspektive was zu hören. Naja, sehr gerne. Ich würde euch auch gerne wieder sehen. Macht mal, dass das klappt hier. Ja, der Stream funktioniert nicht, ne? Nee, der Stream funktioniert nicht. Ja, das ist in letzter Zeit leider häufiger so. Dann gucke ich mir das nächste Woche so an. Okay, super. Birgit, hab einen schönen Abend. Danke, dass du angerufen hast. Ja, sehr gerne. Ciao. Bis bald. Bitte. Islands on the Stream. So, Seppi. Ja, das singen wir heute ja gar nicht. Jetzt wollen wir mal unser Maskottchen hier endlich mal befragen. Ja, Seppi, guck mal. Jetzt ist hier schon wieder sehr schön vorbereitet. Eigens für dich. Du musst mal hier herkommen. Mach mal down. Mach down und bleib. So ist fein. Und los. Warte, die Kamera hat es noch gar nicht. Naja, doch. Okay. Ach, er hat erst das am Hoffenheim Ding gerochen. Aber er hat 96 gefuttert. Mhm. Und wie wir ja jetzt mittlerweile wissen... Aber er hat es nicht ganz aufgegessen. Das ist interessant. Also für alle, die es noch nicht so oft gesehen haben, eigentlich haben wir uns mit den internationalen Schiedsgerichtsstatuten für die Maskottchenbefragung darauf geeinigt, dass die Mannschaft, die er zuerst verputzt oder zumindest anknabbert, eher den schlechteren Stand hat. Ja. Das war auch letztes Mal übrigens so bei seinem Ersatz, nicht? Auch Heli hat 96 völlig zu Recht zuerst angeknabbert und dann hat es ja auch nicht geklappt. Wir haben leider jetzt irgendwie, wir haben es letztes Mal mit der 3, glaube ich, gefilmt. Jetzt waren wir nicht drauf. Aber wir lügen nicht, wenn wir sagen, Seppi hat leider zuerst 96 gefressen. Seppi, kannst du das Essen nochmal hochwürgen? Nein. Können wir das nochmal machen? Nein, können wir nicht. Gut, schade. Egal. Müssen wir abhaken, machen wir nächstes Mal wieder. Ja, aber das wäre ja jetzt auch keine Überraschung, wenn wir in Hoffenheim verlören. Nö. Nö, aber schön wäre es nicht. Es täte keine Überraschung sein, wenn wir in Hoffenheim verlören. Ja. Aber wir täten die Pünkte auch gebrauchen können. Natürlich. Aber vielleicht irrt sich Seppi ja auch nach der Pause, muss erstmal wieder reinkommen. Muss erstmal wieder reinkommen. Ich glaube, drin ist ja schon ganz gut. Hier, hallo. Seppi, wir singen jetzt noch was. Wir singen jetzt noch was, ganz verrückterweise. Und zwar, vielleicht kannst du, hast du vielleicht ganz spontan noch die Möglichkeit, uns ein Bild zu besorgen, weil ich mir ja wieder hier den Text besorgen muss. Was möchtest du denn? Naja, es geht natürlich nochmal. Ich habe mich gefreut. Fritz hat uns übrigens gerade noch gemeldet. Es steht jetzt 3 zu 3 in diesem tollen Spiel. Wahnsinn, da gucke ich mir nachher die zweite Halbzeit noch an. Warum sitzen wir hier? Ach, das ist noch gar nicht die zweite Halbzeit? Das ist die zweite Halbzeit. Ich habe nur die erste leider nur gesehen. Aber du guckst dir die zweite dann? Ja, auf Konserve. Ach, Konserve. Hier, guck mal, da habe ich vorhin schon die erste geguckt. Ich verstehe. Ja, dann mach doch mal ein schönes Bild von Salif Sané. Denn wie gesagt, da das Spiel jetzt so viel nicht hergegeben hat, finde ich, so an Themen, habe ich gedacht, es ist eigentlich schöner jetzt darauf einzugehen, dass wir ihn wieder mitmachen lassen. Ja. Wollen wir das Bild seiner Verpflichtung nehmen? Nimm das Bild seiner Verpflichtung, das ist schön. Mit Duffi zusammen. Ach ja, herrlich, dass die Kamera das vielleicht zwischendurch auch mal so ein bisschen einfangen kann. Und es ist ein Lied, ich meine, meine Damen und Herren, ich überrasche niemanden damit, wenn ich dieses Lied spiele. Damit hat man quasi eben genau seit diesem Moment, also seit der Verpflichtung hier im Club, wer uns verfolgt, gerechnet. Wobei ich nie gedacht hätte, dass es mal textlich so gut passen würde, wie jetzt auf die Situation, dass es ja darum geht, ob er überhaupt mitspielen darf oder nicht. Weißt du, Matthias, das ist wie mit Klamotten, die darf man auch nicht wegwerfen, weil die eines Tages garantiert wieder modern werden. Ganz genau, und in diesem Falle umso deutlicher. Und du hast bei diesem Lied auch wieder eine Aufgabe, du kannst ein bisschen rhythmisch mitwackeln. Vor allem aber gibt es eine Stelle, wo du natürlich mitsingen musst, du wirst sie, du kennst sie. Singen wir wieder Anita? Nein, aber ich gebe dir ein Zeichen und du wirst wissen, welches deine Stelle ist. Ja, okay, gut, also dann fangen wir an. Ich weiß halt nicht. Nehmen wir mal das Mikro noch dazu. Schon ne Ahnung? Sie treffen sich täglich um Viertel vor zehn, aha, aha, oh yeah. Auf der Mehrkampfanlage kannst du sie rennen sehen, aha, aha, oh yeah. Und blasen zum Sturm auf das Zielersche Eck. Mit Außenriss, Doppelpass und Hackentrick. Da sagte der Trainer, ich hab einen Plan, ey. Aber bitte mit Sahne. Sie schießen und rennen, dann holen sie schon, aha, aha, oh yeah. Den Meisterschaftstitel auf der Playstation, aha, oh yeah. Sie hetzen und fetzen fast, geht nichts mehr rein. Nur ein Tor pro Spiel, Minimalismus muss sein. Dass die Mannschaft den Weg nach Europa sich bahne. Aber bitte mit Sahne. Versucht es mit Flanken und von mir aus alleine. Versucht es mit Sahne, aber bitte mit Sahne. Matthias, das war wundervoll. Das war nicht nur wundervoll, das war die Sendung für heute. Das war der Klopterrundlichter. Wir sehen uns wieder eine Woche später nach dem Spiel gegen Hoffenheim. Am kommenden Montag um 21.30 Uhr hier aus dem Studio 34 von H1. Und Mama, alles Gute zum Geburtstag. Eine schöne Woche von mir auch.